diese frage ich habe noch kein anderes denk gelevelt vielleicht steht da irgendwas oder so wenn du auf das symbol hält jetzt kann man anheften also eine aufgabe vielleicht hast du es noch nicht freigeschalten musst du es noch mal freischalten meine sachen waren jetzt bei mir weg weder also ich habe das freigeschalten wie gesagt komisch vielleicht ein spielfehler zu den nächsten grünen punkten sind aber ein bisschen weiter weg wo willst du fahren ja ich fahre ich warte siehst du die grünen punkte auch ja da fahren wir als erstes hin zum a mann mucker an hier fest falsche richtung jetzt ist richtige richtung ich kann ja auf eine karte gucken kommt ein auto ne ja ich weiß ich bin schon raus aus einer karte ich denke sie sind tot jetzt sind sie tot ein rotes auto das war für mich ein weißes auto kannst du dich neben die strecke ja oh gott tschüss willst du uns umbringen aber mit ein bisschen mit dem Ist ja eigentlich schon aufgefallen, dass rechts neben dir jemand sitzt. Nein, weil ich keine Innenansicht, ich weiß nicht immer, wie die Innenansicht geht. Ich habe keine Innenansicht. Bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen, fahr zurück. Du hast keine Arme? Arme ist, du arme Menschen, Digga. Schießt überhaupt? Ja. Also die Minigun-Geräusche ist verpackt. Die Minigun ist verpackt, Alter. Alles klar, immer noch? Nö. Ach, hier kommt wieder. hab ich gedacht das Bett alter ist auch ne Kiste boah ne MP7 alter nice ne AUG Bauplan Banane Bruder was ist los Junge kann ich ne Banane essen da ist ne Drohne fokussier doch alles klar Schwergewicht ist tot ja ich hab die Drohne runter geholt mach an was ist los springt hier nicht rüber der Hampelmann boah ne Pistole P22 boah ne Pistole P22 runter alles klar nein tschüsch alter Tschüsch alter osp Tick Das wär was für dich, Junge. Was denn? Ob ich die jetzt? Ja. Alter, ist das ne heftige Wummer. So ne Art Farmers. Was ist mit Restream, ey? Das ist scheiße, wenn ich die Zuschauer nicht kontrollieren kann. Aha, so einer also. Kontrollieren, weißt du? Ha. Ist aber so, für 100€ so ein Bildschirm würde ja ausreichen. Ja, aber nicht diesen Monat. Ne, sagt er auch. Da hab ich schon zu viel Hilfe ausgegeben. Entschuldigung. Hast du Nades? Nades? Ja. Achso, lol. Oh, vielleicht sollte man sich das auch durchlesen, was man machen soll. Und ich mache auch mit, Alter. Wollen wir eine LKW nehmen? Ja. Ja. Siehst du den anderen grünen Punkt? Ja. So, du fährst schon. Wollen wir zu diesen Fragen zeigen? Können wir. Also ich bin eh gerade im Ausrüstungsmenü. Ach, das ist dieses Campingplatz da. Biwak. Den an sich wär schon geil. Was ist denn schon da? Ne, wir sind doch noch ja nicht da. Das ist diese Biwak. Achso, willst du jetzt Essen oder so herstellen? Bufffood. Ne, nur gucken. Achso. Kein weiterfall. Bist drin? Mhm. Siggi. Wut the fuck? Oh, ne Kiste. Wut the fuck? Was denn? Alter, bei mir. Ich. 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 Da ist irgendwie so ein Motorrad bis zu diesen Baumen da. Auch gerast oder so. Okay. Wie sehe ich aus? Hm. so was cool was hast du denn eigentlich fliegermütze ach lol die kiste da oben wollte ich doch noch holen hast du dich schon sollst du hinfahren erst mal v drücken credits also ich hab nachtsicht an aber mein charakter trägt keine nachtsicht das kann mal einstellen so wärmend sagst du ich hab ja ausgestattet was ist denn jetzt los ich hab gedacht ich bin aus Versehen am fahren weil du bist losgefahren und ich hab gleichzeitig weh gedrückt ich bin drin spin tires ey jume px4 privatstück in deinem privatfahrzeug saßte ja fahr motion leiste oh egal fahr können nix ich denk nicht zu was und das sind zwar da ist ja noch einer oh befall das ist ja was nicht nicht für der